Schöne zwei oder drei Zimmer, Dachgeschoss-Loft-Wohnung in der Sanierung. Wunderschön mit den Balken drin. Das ist übrigens die Westseite, wo wir gerade hinschauen. Da wo die Stühle stehen für die Handwerker, ist ostseitig. Das geht nach ins hintere Schlafzimmer. Alle Wände gespachtelt, genügend Steckdosen und Habefernsehen an Dosen da. Da durch Dachgeschoss, wie gesagt, da sieht man natürlich die Balken und alles. Das hintere Schlafzimmer oder das Schlafzimmer bei der Wohnung geht in den Hof hinten rein. Sehr, sehr ruhig. Geht auf eine kleine Einfamilien-Aussiedlung. Wie gesagt, hier steht man morgens mit der Sonne auf. Blick ins Schlafzimmer. In der Sanierung steht man morgens mit der Sonne auf. Geht dann hier in die Küche, holt sich Kaffee, Tee, Wasser, Fanta, Cola, was man möchte. Oder wenn man raucht, die Zigaretten. Mit dann hier links auf die Seite, auf den schönen Ostbalkon. Man kann dann hier den Kaffee, Tee oder sonstiges und Zigarette genießen. Jetzt gehen wir durch die Küche wieder durch. Jetzt wandern im Duschbad. Wie gesagt, in der Sanierung mit großen Fenstern. Da kommt die Dusche hin. Ne, da kommt die Wanne hin. Und da hinten kommen die Dusche hin. Und die Handwaschbecken und Solettenbecken. Das müsste so in acht Wochen fertig sein. Jetzt haben wir hier nochmal einen schönen Blick aus dem Bad. Ins Wohn- oder Wohnschlafzimmer kann man nochmal teilen, wie man möchte. Jetzt sind wir durch die zwei oder drei Zimmer. Dachgeschossloff-Wohnung schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag und einen schönen guten Tag. Danke schön.